Nicht jede Person hat eine professionelle Kamera zu Hause oder die Zeit, in ein Fotostudio zu gehen. Deshalb zeigen wir dir jetzt Schritt für Schritt, wie du mit einem Smartphone selber ein Bewerbungsfoto von dir machen kannst. Starten wir mit dem wichtigsten, dem Smartphone. Die meisten modernen Smartphones haben Kameras mit einer 4K-Auflösung, was absolut ausreichend für ein Bewerbungsfoto ist. Wenn du die Kamera-App öffnest, bist du bei den meisten Modellen im Automatikmodus. Das ist nicht schlimm, aber um wirklich Kontrolle über die Belichtung zu haben, wollen wir in den manuellen Modus schalten. Manchmal heißt er Pro oder eben manuell und kann über das Menüband in der Kamera aufgerufen werden. In diesem Modus kannst du jetzt Helligkeit und Verschlusszeit manuell einstellen. Und damit haben wir die perfekte Brücke gebaut zum nächsten Thema, Belichtung und Hintergrund. Fangen wir mit dem Hintergrund an. Dieser sollte am besten einfarbig sein, also weiß oder dunkel. Du kannst dein Bewerbungsfoto auch in einem Büro oder draußen machen. Jedoch musst du dann eventuell Beleuchtungsmittel mitnehmen, damit du am Ende gut ausgeleuchtet bist. Bei Aufnahmen draußen kann dir das Wetter auch einen Strich durch die Rechnung machen. Wir empfehlen für Anfänger also die klassische weiße Wand. Kommen wir jetzt zur Beleuchtung. Solltest du irgendwelche Lampen besitzen, die du frei in den Raum stellen kannst, ist das der passende Moment, um sie herauszuholen. Wir zeigen dir jetzt drei verschiedene Ausleuchtungsmöglichkeiten, je nachdem wie viele Leuchten du zur Verfügung hast. Wenn du nur eine Lampe hast, konzentrierst du dich darauf, deinen Oberkörper und dein Gesicht gut zu beleuchten. Dies machst du aber nicht frontal, sondern seitlich. Fällt das Licht leicht seitlich auf dein Gesicht, beleuchtet es die Form deines Gesichtes besser und lässt dich wortwörtlich von deiner Schokoladenseite glänzen. Frontales Licht macht dein Gesicht flach und kann dich breit aussehen lassen. Deshalb stellen wir die Lampe so hin. Wenn du zwei Lampen hast, bleibt die erste so stehen. Die zweite stellst du dann etwas weiter von dir weg und ebenfalls seitlich auf die andere Seite. So wird weiterhin deine Schokoladenseite in Szene gesetzt, doch wir reduzieren den Kontrast im Gesicht. Das zweite Licht sorgt für einen soften Übergang. Und solltest du noch ein drittes Licht haben, kannst du damit die Wand hinter dir anleuchten. So reflektiert das Licht von der Wand auf deine Haare und Schultern und setzt dich vom Hintergrund ab. Mit diesem dritten Licht musst du vorsichtig umgehen, sonst sieht es schnell nach einem Strahler aus. Versuche zudem nicht zu nah an der Wand zu stehen. Dies erzeugt sonst Schatten hinter dir, die auf dem Foto unprofessionell wirken können. Perfekt! Das Set steht fast fertig. Wenn du dich fragst, welche Kleidung die richtige für das Foto ist, ein paar Tipps und Beispiele findest du in diesem Video. Zurück zum Set. Denn um eine Sache müssen wir uns noch kümmern. Um den Bildausschnitt. Dafür platzierst du das Smartphone auf einem Stativ, Bücherregal oder einem Stuhl, je nachdem, was dir zur Verfügung steht. Du solltest in der Mitte des Bildes sein und man sollte dich maximal bis zur Taille sehen. Am besten ist dein Ausschnitt bis unter die Schultern. Achte darauf, nicht zu viel Luft über deinen Kopf zu haben, aber auch nichts abzuschneiden. Frag gerne eine zweite Person, diesen Teil zu übernehmen. Wenn du dich da alleine durchkämpfen musst, nutze den Auslöser der Kamera und setze ihn auf 10 Sekunden. So hast du definitiv Zeit, dich in Ruhe zu positionieren und freundlich zu lächeln. Jetzt hast du ein tolles Bewerbungsfoto. Wenn du magst, kannst du dein Foto in einer Bearbeitungs-App wie zum Beispiel Snapseed verbessern. Dort kannst du durch selektive Anpassung gezielt Helligkeit oder Sättigung an bestimmten Stellen vermessern. Außerdem kannst du kleinere Dinge oder Flecken mit Reparieren ausbessern. Dann exportierst du es nur noch und fertig. Dein professionelles Bewerbungsfoto ganz bequem von zu Hause aus. Like, Abo dalassen, wenn es dir gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!